ach unverbindlich sage ich hallo hallo da draußen heute rock of age meine freunde um meine frames ich muss noch meine uploads stoppen wäre vielleicht nicht schlecht sonst wird das nix wo meine downloads sollte ich auch stoppen an die steve stoppt ja automatisch wenn man spiel startet okay ja gut ja da werden meine frames grün hat das rufe ich freue mich auf die zeit auf die zeit wo ich alles gleichzeitig machen kann und meine frames sind trotzdem grünen das was ich immer mache was denn alles gleichzeitig ja das glaube ich sie sogar sehr gerne genau also ihr könnt auch schon im hintergrund hören heute bitte voli und zwar spielen wir wieder rock of age apropos bis 12 spielen wir dann hast du schon mal bescheid weißt okay also du musst früher gehen oder so das ja man spiel ist okay genau ich sagen hat gesehen kurzzeitig was ja das macht blick ist egal brust mahlzeit so wäre es eigentlich alles da so sehen sie also heute morgen aus ja also sich morgens immer aus gepflegt so diesmal darf ich nicht so lange brauchen mit dem auswählen oh ja das nehme ich mal dann nehme ich dann nehme ich mal die kuh ich kann zwei kugeln nehmen was bringt das wenn man zwei kugeln genommen hat was ist wenn man gar keine kugeln nimmt ich habe drei kugeln ist was drei welche kugeln meinst du also ich habe einen kürbis ich habe den tier und noch eine andere ja aber was man kann ja mehrere gleichzeitig nehmen was bringt dann ich bin auch fertig ja wer ist eigentlich so da manuel zocker tippen schon ganz lange ist ihm da schon seit einer stunde dann haben wir pyro und paulo ja herzlich willkommen so ach ja genau jetzt muss ich wieder eine mauer ziehen also jetzt man kann da vor jedem rollen sein felsbrocken wählen ah ok ja gut oder sehr eine nette map die du da ausgesucht hast die wüste die wüste hast du schon mal gespielt weiß gar nicht ja schon oder da kommst du nicht vorbei mein freundchen ich mache ja meistens das geld ist immer so schnell weg ja man hat dann also paar wände gezogen und so und dann ist man fertig und denkt sich scheiße jetzt habe ich alles nur am ende hin platziert verdammt fnafkiller hallo herzlich willkommen und gold ist auch da daniel ich mache mir t ich mache mir kaffee 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 mit emi hahn so ich darf rollen du auch was ich wollte schon du auch kaffee 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 cuttaு aufs Deutschlands mafia wo geht man einfach hier haben okay und jetzt darüber wissen nicht das ist ein einzel auf dem boden nein naja genau weiter das geländer kaputt gemacht das hat der steuerzahler gerade noch gebremst wieder was wieder über die brücke was ja hier heute schönes level hast du mal in ägypten ich auch nicht das wurde vom spiel ist vorgeschlagen das level okay das ist auch keine mieten hast du hast du hast du hast das ding wahrscheinlich noch nicht oder ich hätte es geschafft es wäre so geil gewesen leute wenn meins machten weil du die kuh hast ja die ist hässlich und sehr unpraktisch wenn man über den kopf rollt ich kann einen dafür benutzen seine kür weg zu schleudern was kannst du ach so scheiße das ist ja blöd okay vielleicht 51 ich hab gar nicht die mienen genommen naja gut was 100 153 habe ich gemacht ich glaube ich habe 154 gemacht also kaum mehr was sind das hier oben oh ja dass das wird sie gefallen das ja auch ich hab kein geld mehr das ging schnell so du schaffst das ja die wollen die du schaffst das auch liege bett und guckt ins team oh wieso liegst du bett bist du krank die wolle ist auch krank dass schmerzen ne warte wir haben sie geklärt bei knieschmerzen knieschmerzen war das er sehe nicht klar wieso siehst du mich nicht her wo bin ich denn ich bin noch hier ich bin zu schießen blitze nein 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 das tut weh ich das macht mich langsam genau roll lieber du selber ja ja wir fliegen nach ägypten echt wo fliegt er hin gibt es ja zurzeit so günstig das ist so krass dann lässt sich so das prospekt gesehen die gibt es gar nicht und ein geländer kaputt stehen wo ich habe ich habe sie darauf geschafft ja groß die tüter du elefant und gespawnt hast du echt ja wie gemein was ist das waren wir uns nicht einig mauern sind scheiße 147 scheiße das war nicht so gut die mauer hat mich ganz schön ausgebremst wenn er die haxarok nimm das die wolle hier du kriegst meine plätze zu spüren scheiße ja so muss das sein ja das ist gut warum blitzt er nicht wo wolltest du denn hin ach denn im anlauf ja das ist eigentlich eine kluge idee 184 das war jetzt gut ich habe nicht herstellen ja meine kuh macht eigentlich kaum schaden habe ich gemerkt hier wieso darf ich dich bauen jetzt darf ich bauen das bringt mir jetzt an nichts ich muss ja jetzt gleich los ja toll ich bin jetzt einfach hier irgendwie ich kann nichts bauen wieso kann ich nix da unten sind uns ach ich darf in der kurve d Ub what is this forphyse jabe dull suppose bye 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 woos gollum möchte gegrüßt werden ja dann halle gollum und diese cool ist ekelhaft jetzt blitzigent spame er noch ich will doch gar nicht so schnell fl fahren Nein, nein, nein Oh, was machst du denn hier? Der kommt doch nicht mehr durch Oh, weh So, Devani kommt Nein, zurück mit dir Du blöde Kuh, du Ich hab Ferien Ja stimmt, in einigen sind ja jetzt Ferien Guck, ich bin wieder drauf Ja, du bist ja Du bist ja ein Schlawiner Ich muss vor dir Vor der Kanada rein donnern Oh, nee, das war jetzt scheiße FNAF Killer möchte gegrüßt werden Hallo FNAF Nein, nein, nein Nein Ja, ich wäre doch wieder hochgekommen Nee, wäre ich nicht Ich löse keine deiner einzigen Minen aus, ne? Ja, die sind auch dumm gewählt Ja, du bist nicht so Du hast noch so'n klitzeklein Balken Nein Ich komm doch wieder hoch Ich komm doch wieder hoch Scheiße, der gewinnt Ich hätte nicht die Kuh nehmen sollen Die ist so scheiße Die ist langsam Der Kopf nervt Ich mach doch jetzt niemals Schaden Ich mach doch jetzt niemals Schaden Guck mal, der macht Die Kuh macht auch keinen Mut Und die Kuh macht auch keinen Schaden Scheiße Ja gut, ich hab zwei Steinchen Verdammt Verdammt Also sowas hab ich ja noch nicht erlebt So, ich Muss zu dir Hier bist du So, ich muss dir wohl hier einholen Weil egal wie es läuft Er gewinnt jetzt diese Runde Nein Einholen geht anders Da steht, dass du Valens spielst Ja, das steht manchmal da Der Titel heißt World of One Scheiße Wenn ich schneller bin als Tivoli Dann gewinn ich Weil das spielt gerade gar keine Rolle Aber ich bin nicht schnell Ich bin langsamer Aber noch ist alles wirklich Aha, meine Taktik Egal Einfach dran vorbei, Xarok Hä, wieso? Was machst du denn da? Hör auf damit Bleib mal ganz kurz stehen Ich hab da was gesehen Scheiße, der rollt voll aufs Ziel, du Nein Du Cheater, du Lass meine Giraffe Ich darf weiterrollen, scheiße Jetzt ist es glaube ich eh vorbei Herzlichen Glückwunsch Nächste Karte Nächste Karte Rest in Peace, ja Scheiße gelaufen Ich nehm nie wieder die Kuh Die blöde Kuh Gibt's ja nicht Banana Hier, Banana Ich hatte heute Banane Schaut mal hier, Banane So, okay So, ich nehm nicht wieder Stärke 2 Oh, der ist aber krass Beschleunigung Aber ist langsam Den ich die ganze Zeit hatte Panzerfelsblock Äh, der schwarze Keine Ahnung Wenn er so dunkel ist So aus Teer besteht Ja, den hatte ich Also Kühe und so Das bringt alles bei dir nix Scheinbar Andere Mittel nehmen Was war denn das da noch mal? Was weiß, was es gibt Was ich habe Hm, was ist das? Geht los, ne? Jetzt, jetzt mach ich dich fertig Jetzt mach ich dich alle Hallo Denise Wieso spielst du kein Minecraft mehr? Ich weiß ja nicht Keine Lust Hä, kannst du schon spielen? Ich kann schon bauen Ja Hä, ich nicht Hä Ich stehe hier immer noch irgendwo Da steht Match gestartet Ich sehe wie du baust Aber ich kann nichts machen Hier steht Match gestartet So ich sehe dann Dann hier so Bei mir steht auf 2 Max Ja Kann auch nicht Vielleicht warte mal Bis du starten kannst Ja Also ich sehe im Hintergrund Wie nur ein riesen Mauer Baust Mit dem Samt Ding Aber mehr Ich kann auch keine Kamera Bewegen oder sowas Mehr sehe ich auch nicht Sie sagen, warum ich den gegrüßt Wer her Dann grüßt dich Den lieben Sandro Hä, du hast Bäume? Ja Was machen die Bäume? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Aber ich hab sie Sie sehen einfach nur schön aus Kosten aber nur 50 Ja, dann sehen sie wahrscheinlich nur schön aus Ne, ich weiß nicht Vielleicht stehen sie auch im Weg Keine Ahnung Das war ja vorhin auch einmal so Kann das sein? Da hast du auch schon gebaut Und dann durftest du schon anfangen Echt? Ja, ich glaub schon Ach, die Bäume sind nur so eine Aktion Kannst du? Wie Aktion? Warte Ich roll nicht hart ins Spiel Wie darfst du schon rollen oder was? Ja Kannst du? Ne, ich kann gar nichts Ich darf gar nichts So wie im echten Leben Ich darf nichts Anfrage Rückspiegel Wissen das? Ups Anfrage K Ich seh dich rollen Du bist rausgefallen Ach, das siehste Also guckst du im Stream Was ich sehe Ne, ich hab grad den Stream nicht offen Also Hab einen neuen Schreibtisch Zwei arbeitsflächen Cool Hexita Herzlichen Glückwunsch Schreibst du den neuen Schreibtisch Neue Schreibtisch Ist ein cool Ich kann absolut Die Wolle Hat aber auch gut zu kämpfen Ohne dass ich irgendwas gemacht habe Hehehe Danke, Gerdl Es gibt doch Ich will auch spielen Äh, was soll das hier? Zockerstein möchte gegrüßt werden Ja, dann lese ich halt so lang den Chat Rest in peace Ja Die Kuh hat sich verabschiedet Fnafke Das ist voll blöd Jetzt kann er sich die Map schon mal anschauen Und so Das ist kacke In Seelen Guck mal wie lange der braucht Ich hätte schon drei Runden gemacht in der Zeit Ja, ich will den Tor nicht zerstören Ja, ja Oder soll ich Nein Wahrscheinlich darf ich eh nicht Auch Müssen wir vielleicht nochmal neu machen Probier Machen wir mal vorsichtig Und Dann schauen wir mal Ob ich dann mitspielen darf Ich hab heute Geburtstag Ja, dann halt Stimmt, hallo Justin Ja, stimmt 21.3 Happy Birthday to you Und da ein bester YouTuber Oh Naja, es gibt viele gute YouTuber Kannst du jetzt? Nö Tja Dann verlasse ich mal das Match Und Abstimmung für Rückspiel läuft Abstimmung für Rückspiel Ja, das ist auch eine gute Ja, verlass mal Verlass einfach mal Ich mach eben eine neue Okay Match wird betreten Sehr gut Ich sehe den Chat nicht Nur meine Nachrichten Häckselter Das kann vielleicht sein Weil die meisten Ähm Auf YouTube sind Ich glaub du bist der einzigste Auf Twitch Was ich seltsam finde Auf Twitch werde ich glaube ich Niemals berühmt Oh, was ist das für ein Level? Boah, das sieht nach der Augen Regen aus So Dann nehme ich wieder den Panzerfelsblock Hier Hier Der Wahl wird sich freuen Über den Sauchen Regen Das haben wir noch Dings Dann nehmen wir das hier Die Mauer Mauer muss unbedingt mit Auch wenn wir alle die Mauer hassen Ne, 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 der ist Bisschen schneller als der da Aber der macht halt mehr Schaden Egal Jetzt hab ich nicht streamen Natürlich. Ach, da darf noch nichts bauen. Good luck! Danke! Wenn du überhaupt vom Anfang wegkommst. Ach was, du bist ja ein Schrein. Was ist das eigentlich für ein Wett? Sieht voll heftig aus. Da muss man überall springen. Ist er auch noch. Hab ich kein Geld mehr? Ich hab kein Geld mehr Leute! Ich hab kein Geld mehr. Oh, Hexiter ist jetzt auf YouTube. Hi! Da siehst du jetzt mehr. So. Komm schon. Gib mir noch ein bisschen Geld noch. Jawoll! So läuft das. Hey, wieso darf der schon rollen? Ich bin da! Das ist voll unfair, wenn jemand vorher darf. Wulang? Ja. Guck mal, wie viel früher der anfangen darf. So, jetzt darf ich A. So. Hä? Mein Bild ist schwach. Jetzt darf ich. Boah, das ist ja eine Kugel. Ja, die Ma... Oh mein Gott, was hast du da gemacht? Da komme ich noch nicht durch. Was soll das? Mä. Ach! Ich verschwende das Geld, mein Freund. Ich gebe mir meinen Tipp. Du kannst nochmal ziehen. Ja. Ja, weiß ich. Das weiß ich sogar. Oh. Du musst hier ja voll rumhüpfen. Ja! Hohohohohohoho-hohohohohohohohohohoho! muss man lang ich frage mich da wo ich bin ja das ist ganz komisches level ich habe ein haus von ihr blatt gemacht hier okay habt ihr ein abo abgeschlossen das klingt gut aber warum kommt da keine ansage hängt vielleicht wäre nichts neues bei youtube und 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 lol der ist schon im ziel 148 wie viel 148 was auf 190 so läuft so okay du bist ja einfach durchgelaufen das gibt's noch nicht na 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 ich bin nicht traurig ich kann jetzt gleich auch wieder wollen ich sehe wo du das machst ne ich weiß ich komme man das ist gemein dass das so viel früher anfangen darf und dann baut er hier so eine hässliche mauer hin du scheiß berliner ich habe diese stelle mit dem ventilator da ne ja die ist gut ne aber bringt da nicht viel nein nicht schon wieder hier raus man das ist doch zum knödel essen ja das ist die richtige richtung also die kugel ich habe diese ich gut aber nicht so unglaublich schwer ja die kann auch gar nicht richtig hüpfen die ist einfach zu fett ich mit deinen mauern hier spiele nein das schaffe ich noch mehr und wie viel hast gemacht wie soll ich jetzt zu hell hier rüber kommen oh ich hab's geschafft pass auf 185 wird und nein daher hat sich dein bein gebrochen schau mal dem geht es viel schlimmer als dir und geht wahrscheinlich nicht gut nein spaß okay was war jetzt ich muss die voli mehr ärgern irgendwie er ist nicht so dämlich wie die wie der computer das ist das schlimme sagt bloß nix freitscheiß oh das wird dir gefallen ok monavus lol der rollt schon ich hab kein geld mehr ich hab jetzt eine andere kugel hä wieso man kann auch zwei am anfang aussehen aha scheiße ich könnte eventuell es jetzt schaffen so nicht ich glaube du brauchst noch zwei versuche ich glaube nicht dass du das komplett runter kriegst es ist wesentlich schwerer ach so hast du eine schwerere kugel ja ok ja gut dann kannst spannend bleiben trotzdem ich mach dich jetzt fertig pass auf hinter dein ventilator vorbei oh manu magst du kein nee jede runde falle ich aus dieser blöden kurve raus weil ich gerade in der luft bin und dann nicht mehr lenken kann bist du schon durch ja oh hat nicht gereicht komm schon gib Gas ich kann es schaffen konzentration nein 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 lieber Tivoli geh weg mit deinen blips NEEIN oh Gott wo bin ich hier Invasion oh was ist das du hattest die mauer hier gebraucht das ist ja Wahnsinn da ist ja Berlin gar nichts dagegen oh da schaue warte ich muss bisschen anlaufen so 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 oh oh das war wohl scheiße warte mal so pass auf oh wieso wie soll man hier rüber kommen das ist doch ekelhaft jetzt hat er auch noch baum hingestellt so saubat sie so pass auf jetzt zeige ich dir wieder wo der hammer hängt NEEEIN NEEEIN baue die mauer vor das Schloss das geht nicht direkt vor dem Schloss darf man nichts bauen das wäre ja unfair sonst würde man gar keinen Schaden mehr machen oooo jawoll 1 1 jetzt gewinnt wahrscheinlich die Wolle wieder also die Kugel die ich hier hatte die war echt schlecht diesmal A Schlam Beschleunigung grad mal 8 Geschwindigkeit 18 also sie ist wirklich richtig langsam dabei macht sie kaum mehr Schaden ui ne die macht überhaupt nicht mehr Schaden Die sind ja auch schwächer von mir. Wir haben eine Vulkan-Map. Boah, wie geil ist das denn? Ich muss mich ja beeilen mit dem Scheiden. Okay, also den Wind fand er richtig scheiße. Das ist gut. Die waren glaube ich auch nicht so schlecht. Ich habe das aber fast gemacht in der Zeit. Ja. Oh Mann. Nein! Oh, ich durfte noch. Jetzt habe ich die Kuh genommen, toll. So, okay. Wo starten wir denn? Keine Ahnung. So, da ist das Tor. Boah, das ist aber eine heftige Map. Wir sind dann zu der Ehre gekommen. Oh, ich habe keine Minen gesetzt. Ah, ich habe die Minen gar nicht mitgenommen. Scheiße. Darf ich hier nichts hinplätzen? Das ist doch Käse. Ich habe kein Geld mehr. Praktisch. So, okay. So, mein Freund. Wie er langsam fährt. Wie er langsam fährt. Damit er nicht da reinkommt. So. Nee. Nicht schon wieder sowas hier am Start. Sauberatzi, du. Boah. Lava. Äh. Mr. Lava, Lava. Was ist denn? Oh. Oh. Man kann da rein. Man kann durch die Lava fahren. Windmaschine ist kaputt. Mö. Das ist ja schade. Wo machst du das kaputt? Hat ja noch gar nichts getan. Boing. 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 jetzt los ich hänge also ich bin bis 12 uhr das spiel hier und dann machst du mich kann man da irgendwie abkürzen ja schon oder ja kann man muss man auch ein super tolle windmaschine die war gut ist weg was ist das das ist scheiße jetzt mache ich doch niemals mehr richtig an euro hd bezugs auch ja da 134 ist okay 141 okay ein bisschen mehr gemacht natürlich ja die windmaschine ist hier auf diesem level ein bisschen und praktisch weil die wege sind so schmal da kann man nicht ich habe kein geld mehr ich habe ja kaum ausgebaut gibt es ja nicht ich glaube nicht aber das level also die lava ist zwar richtig essen aber so an sich das level jetzt nicht so schwer man fährt eigentlich die ganze zeit im kreis nach unten kann nicht gut was machst du denn ja man kann abkürzen ich darf ja noch nicht ach darf man nicht ne ich wurde zurückgesetzt tatsächlich okay dann haben wir das auch geklärt aber man kriegt aber kein leben abgezogen man darf es halt nur einfach nicht ja auf die idee sind wahrscheinlich viele gekommen hier abzukürzen das faktisch gerade ab oder da man kann auch gar nicht die mauer kaputt machen sonst kann man immer alles kaputt machen schade wie die wolle noch versucht irgendwelche abkürzungen zu finden währenddessen habe ich ihn eingeholt sondern hier jetzt schon wieder so ein hässliches ding ja und ich wolle jetzt genau durch die wunderschöne fette lava brühe wundervoll ganz toll jetzt mache ich bestimmt richtig viel schaden aber ich habe ihn immerhin zeitlich ein bisschen eingeholt das ist voll unfair dass du vor mir anfangen darfst das bringt nichts egal ich hoffe sie haben spaß garantiert ich habe immer spaß man kann es auch lassen was das kann man lassen spaß spaß kennst du das spiel usu ne ich weiß nicht was usu ist ich kenne nur asu sag doch dir wolle wird diese runde wahrscheinlich gewinnen obwohl das laufel ja eigentlich nicht so schwer ist pack mal deine facecam oben rechts hin dann sieht man auch in welchem zustand meine burg ist das ist auch nicht schlecht ja könnte ich machen blitzen habe ich dir im letzten stream sogar schon geschrieben da wirst du willst ja nur dass ich den start verpämmt schon klar ne so ich mache dich jetzt zu alle Nein! Nein! Wie, er hat jetzt eine Abkürzung gefunden. Oh geil, danke Hand. Oh, 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 oh. Nein! Ist er unten? Ja. Ich war etwas zu schnell in der Kurve. Moin Doreen! Oh Gott. Wow, wie ich mich hier durcharrette. Nein, nicht schon wieder diese blöde Lava, ey! Was, was? Das kann nicht sein. Warte, so, ich springe jetzt hier runter. Ach, du bist schon drin. Oder? Ja. Ja. Echt? Ja. Ach man. Das ist eine Mauer hier, das ist... Wieso kommst du hier immer durch und ich nicht? Bist du tot? Ja. Hä? Achso. Lol. Ach, ich bin tot. Ich bin tot vernichtet. Ist ja noch behindert, der kann ich ja gleich aufgeben. Scheiße. Unglaublich. Ich sag doch, die gewinnt diese Runde. Ich sehe, dir hat meine Mauer gefallen. Ja, die ist wirklich vorzüglich. Wie kommt ihr denn da immer vorbei? Das gibt's doch nicht. Das glaube ich ja nicht. Hä? Ich darf schon rollen. Ich brauche mir aber an nichts. Egal. Das ist mal. Pass auf. Diese Lava. Du magst die Lava? Ja, ja. Oh, die Lava macht aber ordentlich Schaden. Bei dir? Ja. Die schmilzt mich. Mich nicht. Echt nicht? Nee. Oder doch, doch, doch. Man darf natürlich nicht zu lang werden zu bleiben. Und ich hab dich ein paar Mal mit dem Blitz. Stimmt, der sah noch, ja. War natürlich praktisch dort. Abkürzung. 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 Warum gehe ich immer durch die Lava? Das ist doch Käse. Das reicht nicht. Bum. 103 Schaden. Ich bräuchte wahrscheinlich, wenn ich so weiterspiele, noch zwei Runden. Die Wolle macht mich fertig. So, dann steht's jetzt. 2-2. Oder? Nee, 1-2. 1-2 für dich. Ja, glaub schon. Genau. Oh, weh. Nächste Karte. Ja. Wahrscheinlich gewinnst du jetzt so ran. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht ist der, ich ne, der ist, ich weiß nicht, der ist bestimmt zu fett, zu schwer. Oder so. Irgendwie. Ich nehme jetzt hier den ganz normalen. Ui, Winterbienen. Ach, du hast was freigestellt, hab ich gesehen, ja. So, Minen auf jeden Fall. Oh, warte mal, ich hab auch was frei. Ambus-Bulle. Stößt feindliche Feldflögen mit einem mächtigen Sturmblock weg. Das sind noch 23 Sekunden. Okay. Okay. 3, 2, 1. Ha, krass, du noch gewechselt. So, jetzt aber her. Ich hab keine Mauern genommen. Hä, ich wollte das wegmachen und... Oh, ne. Ganz toll. Großes Kino. Egal. Oh, was ist das für ein geiles Level? Wo startet man denn? Hä? Wo ist denn der Stadt? Hier. Wo ist denn der Stadt? Hier? Hier? Wo ist das? Hier? 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 Boah, das ist aber eher eine heftig lange Map irgendwie. Oh, der ist, glaub ich, cool. Okay. Ich mach dich jetzt fertig. Einer hat geschläben. Mauer! Ja, genau. Leider zu spät gesehen. Zu spät, ja. Ich hab die Mauer nicht genommen. Du darfst rollen? Ja. Nein! Viel Spaß. Was ist das? Oh, mein Ball brennt. Jawohl, ich darf mal vor dir. Ja! Verhungert? Lol, was ist das? Wie soll das gehen? Ich muss vor die Kanonen. Ja, ich weiß schon, aber es reicht nicht bis drüben hin. Nehmen wir es noch springen. Ah, unten sind so Trampolins. Wo ist die Map? Klein! Weißt du, da ist ein... Achso. Ja! Oh, der ist so richtige High-Speed-Map. Da glaube ich, es ist gut, wenn man da einen, der schnell ist, der viel Geschwindigkeit hat. Habe ich. Ja, super. Wuhuuu! Ich kann fliegen! Schalalala! Aus dem Weg! Boom! 186! Nimm das! Ich bin jetzt am PC! Okay! 201 Schaden! Näh! Doch! Lol! Wuhuuu! Also, ich habe schon zu viele davon. Nein, 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 nein! Scheiße! Der macht doch gar keinen Sinn da! Muss ich doch schon rollen! Ich hab noch gar nicht mein Geld ausgegeben! Nein, hab ich nächste Runde mehr. Windkanal? Easy! Nein, das ist nicht der einzige Windkanal. Ach! Xauk ist da! Nein, nein, nein. Zu spät. Das ist eine geile, geile Map, echt. Sag mal, hast du gar nichts Wort? Ja, habe ich! Wir haben sogar eigene Server! Aber! Das ist mal knapp. Los, 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 los! Ich habe gesehen, du hast ein paar Falltüren. Was habe ich? Du hast ein paar Falltüren. Ja, 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 ein paar. Oh, und die Mauer steht gut. Ich habe sie voll erwischt. Und die haben mich zu 100% abgebremst. Also voll heftig. Aber trotzdem, 193! Du kannst doch einfach durchs Wasser fahren, das weißt du, ne? Echt? Ich hatte das Gefühl, das Wasser verlangsamt mich. Ne. Genauso. Ich darf nur nichts bauen, weil du noch nicht fertig bist. Mach mal ein bisschen schneller, weil sonst kann ich ja nichts mehr hinstellen. Der kommt da einfach durch, das gibt es doch nicht. 197. Man darf ich bauen? Jetzt. Hä, nee. Na, jetzt darf ich bauen. Toll. Hä? Wie? Achso, davon habe ich schon zu viel. Deswegen. Toll. Ich muss doch gleich los! Wohin? Nirgendwo hin, aber... Ich muss ja... Gleich... Dings. Schaden machen. Äh, losrollen. Das ist natürlich blöd, dass ich so, äh... Überhaupt keine Mauern habe. Wenn du jetzt gerade wüsst. So. Ich mach dich trotzdem fertig. Nein! Wie gefällt dir meine Abwehr? Nein! Ich bin noch gar nicht an deiner Abwehr. Ich bin runtergefallen. Am, am, am ersten Kanonenrohr. Ah! Ah! Du Schweinebacke, du! Ja, 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 ja! Nein, das reicht nicht. Man, ich bin zu langsam. Oh, jetzt fall ich auch noch runter! Scheiße! Ich darf nicht verlieren! Warum? Warum? nein 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 ich bin nervös ich glaube ich hab zu viel kaffee getrunken jetzt gibt es garst du blöder ball du ich muss ich muss vor die wolle ins ziel wenn wenn ich das schafft dann dann gewinne ich gegen ihn in welchem weg gehst du denn nein nein ich will nicht da jetzt ja 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 ich bin drin doch ohne zu warten überfall stein anführer ja 22 zuckerstein das bin ich auch ich finde ich sage ist auch ohne fort mit der beste was also ich habe letztens habe ich fast zwei stunden fort mit aufgenommen also es gibt ja demnächst auch ein fort mit event aber ich glaube der ist schon voll keine ahnung ich habe gegen dich gewonnen habe ich keine mauer hatte so die mauer nämlich diesmal als erstes wo weiß man denn hier in drei bock das ist alles so alles so lachifachy du bist schon fertig hier wohnst du hast glaube ich auch fertig gedrückt hast du so ich finde okay so okay schauen wir mal was haben wir denn hier für eine schöne map aha das sieht doch lustig aus mache ich jetzt mal ein uff voll die voli jetzt habe ich keine minen genauer ging es genommen irgendwas ist ja immer die praktisch habe ich was verpasst wer hat gewonnen glücklicherweise ich habe zu geben jetzt willkommen bei dixer okeana jetzt steht 22 gemacht hat das wuff gemacht es hat wuff gemacht ja aber wahrscheinlich dauert es bei dem stream immer ein paar sekunden ich habe den ton aus ach so weil ich dich ja sonst mehrfach höre ja das wir ungünstig jetzt wartet warten wir darauf dass wir anfangen dürfen ich bin schon mal sehr damit ist schon wirklich als allererstes ich weiß ich weiß ich weiß wo darüber wie soll das mein gott ich habe rechts gedrückt und er ist links gerollt oh hallo ist man gerade aus oder ich habe keinen plan ich bin gerade auch oh nein oder das ist aber heftig da kommt man ja kaum rüber ich komme da nicht hin ist ja eine schreckliche map wenn ich wenn ich da rein fahren will guck mal ja dann bist du vielleicht ja vielleicht ist das mein weg vielleicht musst du einen anderen weg gehen bei mir ist ja der feiner das ist meine wahrscheinlich bist du geradeaus oder wie bist du abgebogen geradeaus jetzt lang wo lang da ich mag diese mit nicht ja die ist ziemlich ätzend aber ich komme ohne probleme seid ihr durch das ist auch ätzend ich nehme es mal den hier wieder zum schaden wolf also spiel mal knapp ja würde ich gerne auch mal spielen ja kostbar nicht gerade wenig dafür dass das spiel so alt ist wahrscheinlich weil es zu beliebt ist 22 genau rest in peace warum wie viel schaden hast du gemacht ja wenigstens 100 bremsen 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 rum 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 und du musst nach da geradeaus wo hier ja da lang das ist voll verwirrend aber jetzt komme ich ins ziel pass auf 183 naja 183 was ist das ist immer runter gefallen hast du kleines aua schieren Danke, Xarok. Deine Türme haben mich gerettet. Nein! Haben sie nicht! Haha! Voll drüber gerollt! Deine... äh... Raptor ist irgendwie verkrückt. Auf dich warten noch schöne... Ja, da musst du durchlangen, ja. Auf dich warten noch schöne Geschenke. Oh, Mann! Wieso voll drauf gefahren? Oh, Alter! Hä, wo will ich denn lang? Wir haben aber ein Glück, ey, das gibt's nicht. 188. Oh, nicht schlecht. Jetzt nehmen wir mal die Planet Erde. Achso, du hast die Kugel Planet Erde, oder was? Ah! Ah! Boah! Alter, Leck! Hier lang? Ja. Zu spät! Warum? Aber nicht schlecht, du bist fix. Das muss man dir schon lassen. Zu spät! Oh, schade. Und... Bam! Ausgleich! Tja, tut mir leid, lieber... Die Volli. Ah! Puh! Es gibt auch... Jimwood FNAF... Ja, hab ich sogar auch gesehen. War ja auch gesehen. Ich hab jetzt ja... Ich weiß nicht, gestern hab ich... Zwei neue Säber ausprobiert. Einmal... Was war's? Mörder, das ist ziemlich geil. Let's stand. Und war das nicht sogar noch ein drittes? Ah, ich weiß es nicht. Oh, ich hab einen neuen. Ui! Das sagt einfach Ui. So, letzte Runde. Jetzt kannst du noch auf Unentschieden spielen. Oder ich gewinne... Oh, ich hab auch einen neuen. Was ist denn das? Reichsapfel. War auch nicht schlecht. Ich nehm mal den. Ich darf nicht so lang überlegen, ey. Also, die waren die Runde echt geil. Was ist das? Mächtige Einheit, die den Boden einschlägt. Probieren wir das mal aus. Und dann... Nehmen wir das dann noch. Hast du das Game eigentlich auf deiner SSD installiert? Nee, nee. Ich... Auf meine SSD installiert hab ich nur Windows drauf. Sonst nix. Echt? Und... Aufnehmen tue ich halt damit. Zum Beispiel... Ich hab auf meiner SSD... Wohin, was ist denn das für ein Level? Auf meiner SSD sind zum Beispiel auch Spiele drauf. Ja, ich weiß, das ist eigentlich ganz cool, weil man dann relativ schnell lädt, aber... Also, ich hab drei, vier SSDs. Das ist natürlich schon nicht schlecht. So viel Geld hab ich nicht. Was ich gern alles hätte, lieber Devolti. Jetzt fehlt mir... Jetzt fehlen mir fünf Gold. Ja? Fünf Gold fehlen mir. Scheiße, jetzt hat ich die fünf Gold und ich baue was anderes. Ich bin ja so ein Knödel. Jane möchte gegrüßt werden. Na, dann mach ich das mal. Hallo, Jane. Ja, ich bin mal gespannt. Unentschieden oder... Das andere. Das andere. Boah, ich hab hier so eine Einheit. Das ist so... jetzt schaffe ja es war knapp du suchst aber auch level aus ist ja unglaublich ich suche die nicht aus sie werden vorgegeben ach so hast du also okay ist man hier den langen es erwarten sind ach du bist auch was gefallen dann passt ja dann ist ja okay die meinten war nur also das ist mein übles level ich glaube ein bisschen schwer aber was hast du denn da eine handgranate eine handgranate ja genau super ach die heilige granate ja sehr gut der heilige stein guck mal ja die sieht geil aus ja aber die macht wahrscheinlich auch die schaden ja aber die macht jetzt auch 183 du musst die bauern so bauen dass man frontal auf sie aufschlägt ja hast du recht und die wohl die hat gerade zu kämpfen mit dem gewicht und 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 scheiße das ist geht es ja das passt noch der toll die sind ja viel zu spät das ist ja voll langsam wo lang darunter ich glaube ich nehme aber den der besser zu steuern ist von beiden ja 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 wolltest du schon nee du nicht mehr ich darf aber gleich freuen die wolle das sieht nicht gut das sieht aber auch nicht gut aus das war mal eine abkürzung aber ich war echt lebensmüde ja jetzt darüber ja 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 das ist gut und jetzt du wirst denn nacht du wirst guck mal die eiert ja mit dem mit dem ding da oben deswegen habe ich auch die kuh nicht mehr genommen das war blöd und schlechte kontrollieren ist zudem ja warum nimmst du sie dann weiß ich viel schaden macht zu spät ja man das hätte klappen können wo willst du denn hin ja krass er war aber nicht schlecht er war echt gut ich bin aber viel aus die kugel ne ja schon krass das tut mir jetzt aber echt leid meine eigentlich ja nicht ja wohl ich das spiel ist so geil ich das macht so bock immerhin danke dass deine burgen nicht drin also haben die mich haben sie dich gebremst super habe ich gerne gemacht ich will ja auch dass du ein paar punkte machst nein deine bogen habe ich auch gebremst aber dadurch bin ich runter gefallen das war jetzt schon heftig nein was ist da los was wird hier gespielt das ist doch käse das geht doch nicht auch mann hallo lord gaming das haus clip dann mir Oh man, das kostet sehr tolle Zeit, echt. Alter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Ha! Das war wohl nix, die Molly. Ich mach das jetzt richtig gemütlich. Ich genieße den Triumph. Ich geh nochmal raus. Ja, ich hab dich voll platt gemacht. Aber du bist deutlich besser als der Computer, muss ich schon echt sagen. Der Computer erwischt ja echt alles, was man hinstellt. Ja. Ich fühl mich gut. Ja, bei dir. Wenn du willst, nächste Woche gern nochmal. Mittwoch. Stimmt, nächste Woche, Mittwoch hab ich ja fehlen. Wenn du willst, kannst du nochmal mitspielen. Wäre okay. Und wenn ich nochmal streamen. Ja, die Molly, es hat echt Spaß gemacht. Bist ein guter Gegner, auf jeden Fall. Wollen wir noch eine Runde, komm. Okay, eine Runde machen wir noch. Das schaffen wir noch. Machen wir eine Runde noch, okay. Eine machen wir noch. Oh, was hab ich denn da? Feuer, Fels, Block. Beschädigung, 240. Ich find ich, der ist gut, glaub ich. Ich probiere jetzt mal den Feuerball aus. So, das brauche ich. Die Mine, auf jeden Fall. Die Sprungdinger haben mir schon sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet für meinen Freund, die Wolli. Oh, nee, die anfangen zu mir. Die sind scheiße. Oh, die Feuerwehr. Die Anfangsmap. Die Anfangsmap, oh cool. Und immer die da noch. So. Oh, die, Xlago. Auf der kenn ich mich aus. Weißt du, äh? Ich nicht. Was mach ich hier eigentlich? Weiß ich doch nicht. Ja, ich auch nicht. Hab ich noch. Ich hab kein Geld mehr. Bin schon pleite. Schon? Ja, ich hab so viele hässliche Momen gebaut. Das ist wahrscheinlich auch nicht klug, was ich da tue. Aber egal. Ach, da darf man dann gar nichts mehr hinstellen. Auch schön zu wissen. Gäh, ich hab nur 30. Ich kann dir 125 geben. Sich auf beiden Tastaturen, einmal auf der Rocket und der Corsair. Ja, ich hab hier eine Rockethealing und eine Corsair. Eine Rocket? Die Rocket benutzt sich. Welche Rocket hast du? Die gleiche wie du. аздku? Ah. Ja, die Skull. Glaube ich. die benutze ich zum schreiben und die konsisten ich freue ich auch nein das war ja weil hast du ja auch ich habe schon länger ich habe den gerade eben bekommen du musst man lang ich bin mal hier drüber ich bin irgendwo ins grüne gehüpft das war nicht richtig scheiße bin am tor ich komme mit nein ich habe nicht errichtet scheiße ich habe nur 88 gemacht das war nicht so gut dass mich wieder doppelt ist hier noch jemand in der sitzung keine ahnung ja ich ist immer drin oder ja der macht so komische kreuz tatsächlich stimmt da ist noch jemand so ein russe aber der kann ja so nicht spielen wir sind ja gleich weg warte mal ich habe eine key das hat mich wirklich gewundert wer hier mauern baut ich glaube wenn man mit noch jemand spielt kann der nämlich noch mal extra mauern bauen super freut sich doch deiner baut doch auch mauern hoffe ich zumindest ich habe keinen anderen ja doch den russen der russ ist bei dir drin echt ja recht ja komisch der russen baut für dich mauern also zusätzliche mauern neben hast du bei mir heißt aber man hätte voll schmatzen oder so der computer der russ bei mir rollt auch mit jetzt ja 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 keine ahnung den miss stelle ich das einfach auch privat hat mir ja die die mauer sitzt über die ist richtig scheiße ich kann ihn auch nicht werden match wahrscheinlich nicht meine schaut bei dir heute jetzt jemand anderes ja das wird der russe sein ja toll und ich habe einen blöden computer den kochner ich mein ziel hatte der heißt jetzt wie www w w w w w w w man hört ihn und hört uns aber glaube ich nicht wenn ich bin ich habe mich gemutet wie heißt dein freund mein freund heißt hey kennst du bist doch ich war jetzt movies ja ich weiß nicht so sagt mir jetzt der name nix oder doch jetzt erinnere ich mich ich drehe auch immer jacks movies du bist ja schon fast bei mir im tor drin und der holt schon einer von dir der computer kann echt gut bauen ja ich habe wieder die gründer was ist jetzt ich kann nicht ich kann nicht rollen ja weil ich glaube ich mein partner abschließt mit blitzen hier habe ich war voll festgefroren so keine ahnung ich habe der russe irgendwas was hilft was friert ja 211 schaden gewonnen schon wieder ja da war vielleicht mal die kiebeste als mein russe na gut so ich muss leider aufhören schön dass du da war es hat echt spaß gemacht kann ich noch mitmachen dass das ist glaube ich keine so gute idee warum ja weil dann auch noch andere mitspielen wollen und hast du und du weißt ja mein internet ist sehr gut sehr gutes internet ja beste internet russisches internet ja dann lieber die voli vielen dank und auch ihr da draußen vielen dank fürs zuschauen schaltet in paar minuten wieder ein scrap mechanic wie man wir befinden uns wieder dann auf der jetzt habe ich den namen vergessen test center 3.0 genau so jetzt habe ich es okay dann bis zum nächsten mal onto tschüss 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 hast du jetzt auch gemacht